3, 2, 1, GO! Oh, Konter. Meißen fischt auf jeden Fall nach den Nairs, auf jeden Fall jetzt schon. Einfach auf die Nair Bouncing Fishes wahrscheinlich. Oh, versucht er eine Rolle zu readen, oder einen Air Dodge. Oh, jetzt ist er auf jeden Fall patient mit den Needles unterwegs. Oh, wird aber dafür gepunished. Die Reverse Needle Attempt. Und es wird auf jeden Fall sehr viel knapper jetzt schon. Okay, Meißen holt sich den ersten Stock. Hier von Onishin. Mal schauen, ob er noch extra Credit machen kann. Dieser F-Tailed hätte fast schon gereicht, um ihn zu kehlen. So sind die Tippers. Okay, er kommt da raus. Oh. Oh, die Kombos sind zu True, um damit der Abi rauszukommen von Mark. Oh, das war's noch nicht. Kein Tipper. Okay, Meißen macht wieder Patient Needle Play. Oh, und da ist der Tipper. Damit kriegt er den Kill. 30% auf ihm drauf. Aber Meißen startet wieder stark. Oh, er kriegt Forward Throw Bouncing Fish. Oh. 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 Schön auf jeden Fall von Meißen hier. Schafft's hier gut, Aggressionen zu zeigen. Oh. 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 Und der Tipper! Wow! Wow! Das war Game 1 und das geht tatsächlich noch an Onishin. Mit dem Tipper bei ungefähr 40. Klärst du schon mal auf an der Stelle? Hm? Klärst du schon mal auf an der Stelle? Ja, ja, auf jeden Fall. Falls du mitkommentieren willst? Ich muss das mal hier gegen die Mörder-Spieler. Ich kann auch nicht kommentieren. Nö, haben viele hier noch nicht. Ich probiere hier viele auf jeden Fall. Das erklärt natürlich, warum da nichts zuhören ist. Jetzt an. Ja. Also und da gucken, nicht da, weil das Delayed ist. Ja. Alles klar. Okay. Link jetzt den Pick. Und das ist lustig, weil Meisten eben tatsächlich das Game noch verloren hat mit Marth. Ja. Aber es schien wahrscheinlich nicht so gut zu laufen für ihn. Mhm. Fühlt sich mit Marth wahrscheinlich nicht wohl. Deswegen gibt es hier den Switch zu Link. Ja, es sah auf jeden Fall relativ schlecht für ihn aus am Ende, aber dann hat er es mit dem Tipper bei ungefähr 40 geschafft, ihn zu killen. Manchmal spielt Glück gehabt bei meiner Wallet. Und Tipper. Ja. Zulich das Commitment auch dafür, ein F-Smash bei Kippen soll noch einzugehen. Mhm. Ist natürlich dann gegen Sheik, kann man sich sowas auch mal erlauben. Die hat nicht halt so gute Kill-Optionen. Ja, darf man nur nicht von einer Nähe zu Bouncing-Fisch oder so getroffen werden. Generell nicht mit Bouncing-Fisch. Okay, also 60% auf Sheik, noch lange nicht in Kill-Prozenten, aber er muss schon aufpassen. Ja. Ist aber auch schon, bis jetzt läuft alles wie erwartet. Link wird, kommen wird bis zum Geh nicht mehr, jetzt geht es ums Überleben für Link. Und dann mit Rage den Kill zu kriegen. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall schon deutlich knapper. Oh, Otto? Nee. Ich mag die Bombe auch. Die hat er da schön platziert und dann im Weg gehabt, dass man sich einfach nicht schenken konnte. Ist echt wichtig mit Link. Kannst du Leute gut mit ins Schild forcen. Ja. Und dann safe auf Sheik in der Vorwärter hauen. Und noch killt die Fär hier nicht. Oh, aber. Mädels. Oh, da ist die Bombe. Und. Oh. Schön hat er Deutsch-Panomis. Aber wer spielt gerade? Ja, genau. Und ich hingegen Meißen. Ja. Oh. Und die Abi killt einfach. Also wieder hier das altbewährte Problem von fast die Bombe hier. Das altbewährte Problem von Sheik, die kann nicht so gut killen. Aber Prozente kann sie auch bringen. Hier auf weit über Max Rage. Ja. Fast 200%. Ja, also eine Fär sollte jetzt auf jeden Fall killen. Oh. Bomben tun sie noch nicht. Ja, langsam langsam. 200% jetzt drauf auf Onishin. Okay. Low Recover. Die Bombe schießt die letzte Luft. Es ist auf jeden Fall noch ziemlich even, weil Onishin bisher noch kein Damage gemacht hat. Er ist definitiv auf einem Kill-Prozent, würde ich mal so schätzen. Okay. Fair oder F-Tilt sollten jetzt auch killen. Nach dem Spiel. Er wird jetzt hier auch an die Letge gezwungen. Re-Grab aber kein Punish. Oh. F-Tilt. Ja. F-Tilt. In D1. F-Tilt. Killed auch ein bisschen früher. Aber ohne die DDI-Helf jetzt natürlich noch nicht gekillt. Noch keine roten Blitze. Okay. Jetzt wieder. Habe ich dann Risky F-Smash gesehen. Ein schöner Grab. Link, bread and butter. Down, throw and throw up. Und den Damage auf Sheik zu kriegen ist unglaublich wichtig. So sicher. Ja. Allian Move. Ja auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall die Ruhe weg haben mit Sheik, weil man eigentlich das Neutral gewinnt. Oh. Ja. Aber Moment. Sind die Prozent auf jeden Fall auf Meißen drauf. Oh ja. Oh. Okay Offstage. Ruby geht's einfach durch. Und kriegt er den Edge-Grab? Nein. Zu ungenau. Oh. Tag. Schöner Tag von Meißen. Spike wird getaggt. Okay und? Und? Uptilt vorher. Noch lange nicht. Oh er ist Offstage. Er muss das nutzen. Oh. Schön. Needles to Bouncing Fish. 1-1. Nice one. Alles klar. Es ist ja Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Ob. Ähm. Jetzt bin ich gespannt. Ob. Ähm. Am Ende war es immer der, der zurück lag, der gewonnen hat. Mal schauen ob er vielleicht... Oh. Kommt da der Cloud? Der Pocket Cloud. Erstmal die ähm... Textur-Hacks hier auschecken. Ist hier glaub ich die ähm... von Nairo. Die Textur-X. Auf Hesens Wii U hier. Das eben... Das eben war auf jeden Fall Break. Der hier kommentiert hat mit mir. Und wir gehen ins dritte Match. Direkt mit dem Bouncing Fish. Cloud hat er genommen jetzt doch. Wer hat gewonnen? Der Bastard. 2-1. 2-1. Nee. Ja. Okay. So eklig. Er hat nur gewartet. Ja. Ich weiß. Man hat es nicht gewartet. Okay. Wie wir hören hier gerade. Repus hat nur gewartet hier gegen Beissel. Aber zurück zum Match. Wer ist Kettie? Oh, er ist Kettie. Oh. So lustig. Alles klar. Also. Ungefähr Even Percentage. Hier wird Limit gewastet. Oh nein. Kommt da mit der der runter. Das kann er wahrscheinlich ganz gut. Wegen Link. Oh. War fair. Trag du noch einen. Ja. Muss nur drauf drücken. Die Musik ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn er von oben f-smash. Wow. F-smash trifft. Holt ihn aus der Luft und killt ihn. Alles klar. Das ist natürlich jetzt Delete für Unixin. Oh. Aber nicht lange. Da reicht die Abbie von Cloud nicht mehr aus anscheinend. Du musst kontaktieren. Okay. Erstmal Offstage gecombot. Gute 26. Gute 30% jetzt auf ihn drauf. Ja. Von oben ist er auf jeden Fall scarier als von unten. Also. Die Juggles gab es jetzt noch nicht so richtig von Oni. Aber er hat auf jeden Fall ganz gut mit der Dare bisher gepunktet. Von oben. Okay. Keine. Keine. Nähr hier von Meissen. Gepunnisch dafür. Oh. Schön. 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 Und das Limit ist weg. 91% auf Cloud. Jetzt muss er ihn Offstage kriegen. Okay. Er chillt mit den Needles. Macht ihm noch ein paar Prozente. 99%. Mal schauen. Und 58% ist auf jeden Fall nicht so schön für Schiek. Ist zwar noch nicht so wirklich in Kill-Prozenten. Außer von Finishing-Touch. Aber. Bald. Oh. Und er kriegt die Abwehr. Und das war's. 2-1 für Meissen. Uff.